Hallihallo Freunde und Röpserchen zu einer neuen Folge, äh, Black Ops 2 Zombie Mode mit dem Lenardo, ja ich nenn ihn Lenardo, und dem lieben Quinch. Hallo. Quinch ist das erste Mal dabei, also, gelde Folge wird schon. Ja, er kennt mich ja noch nicht, ich bin Nasty Grinch, weil ich hab auch einen YouTube-Kanal. Also das erste Mal ein Zombie. Da bringe ich hauptsächlich Minecraft und ja. Ja, genau das... Meine hohe Stimme nervt euch nicht zu sehr. EINYE HOHE STIMME! Okay, egal. Buried, Spielstattたい. Also, ich kenn die Map nicht. Julius kennt sie ein bisschen und Grinch ist sich seiner Meinung noch nicht bewusst. Ja. Oder er kennt sie auch nicht viel. Sieht ja schon mal lecker aus. Also, ich hab Hunger. Hm, da möchtest du grad reinbeißen, gell. Hey Julius, du weißt aber schon, wie man den Riesen befreit und so, oder? Ja, ja, aber ich weiß halt jetzt nicht viele Sachen, wie man dann bei den Hexen oder so halt dieses Perk bekommt. Das weiß ich halt nicht. Und sonst irgendwas weiß ich auch nicht. Lennart, das weißt du doch. Das ist bei uns irgendwie immer so. Ja, das mit den Hexen, da musst du halt irgendwie durch. Ja, komplett durch und dann muss man draußen warten und dann... Du bist nicht länger aktiv, was sollt ihr? Noch diesen Irrgarten, dass man nur halt punchen kann. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich alles. Ich weiß nur nicht wegen dem Perk, den man ja gratis bekommt von den Hexen. Wem joinen wir? Ich bin in Julius, jetzt haben wir wieder gejoint. Die erste Runde werden wir eh nicht mitmachen kommen. Statt, da war ja was. Doch, wer weiß, ich bin selber noch nicht gejoint, jetzt erst. Ich bin auch jetzt erst gejointed. Ja, dann bis... Ja, okay, Lennart ist nicht dabei, aber... Doch, naja, verlebt, ich kann auch zustimmen. Nehmt ihr jetzt beide auf? Ne, das wäre ja schon selten dämlich, oder? Irgendwie schon. Aber... Soll es ja geben, ne? Ja. Nein. Fringe nimmst du auf? Nein. Ja, für mich können wir das, das Zeug zu nehmen, so weiß ich nicht. Scheiße. Das ist ja sowieso noch das beste als Sniper, oder? Ja, das muss ich mal wieder weitermachen, aber... Das ist eigentlich echt... Soll ich mich recht schon anfangen. Ne, ja, das schon. Okay. Oh, das gibt eigentlich gar nicht nur so viel, das Zeug ist, ne? Ach, ich glaube ich schon. Wow, wow, wow. Alter, ich darf hier jetzt mal weg. Lennart, beschützt mich. Oh, das ist ein bisschen rauf hier. Ah, du bist schon schön animiert, ich wünsch. Ja, geh weg. Ja, hallo. Okay, ich versuch mir mal die... Ne, wie viel kostet die also? Aber ich will... Egal. Die kostet 1... 2 oder 1,5. Ich müsste sie eigentlich kriegen, oder so. Ich hab schon mal oft geschafft, eigentlich. Hab schon mal oft geschafft. Ja, ja, das ist... Das ist leicht an die zu kommen, ich weiß halt noch nie den Preis. Und ich finde, das ist das Schwierige da dran. Ja, also wer den Elzert nicht hält, der kann eigentlich schon mal runtergehen und versuch. Ja, aber dann nicht oben dran springen, weil sonst fällt das Ding ab, Lennart. Einfach hier runter. Hier runtergehen? Oh, hier geht's runter. Das war klug, Lennart allein da runter zu stecken, wie zu stecken. Ne, ich bin mitgekommen. Ich bin mitgekommen. Achso, du bist mitgekommen. Plopp, plopp. Plopp, plopp. Hey. Plopp, plopp. Ja, ha, ich ploppe. Okay, komm her. Plopp, plopp. Plopp, plopp. Moment, die haben wir doch schon mal gespielt, die Map. Ach, hast du die schon? Haben wir. Weiß ich nicht. Moment, diese Geisterstadt, oder? Ist das diese Geisterstadt? Gibt's hier auch dieses Geisterhaus? Baut hier schon mal zusammen und ich wollte mir die Elzert. Gibt's hier auch dieses Geisterhaus? Kostet die 3,000? Ja, Lennart. Wie oft soll ich denn noch sagen? Ja, gut. Weil hier waren wir doch mal mit diesem einen Menschen, mit dem wir mal aufgenommen hatten, was du nicht mal hochgeladen hast. Wenn wir mal kurze Zeit in der FL hatten. Der gemeint hat, der ist voll der Po und so. Äh. Ja. Ich bin voll der Po. Äh, vielleicht können wir was bauen, damit die Zellentür aus den Angriff. Löscht der mich jetzt? Ja, natürlich. Okay. Komm mal runter. Mach das. Wenn ich die Elzert nicht krieg, fang ich an zu weinen. Dann weine. Hab sie. Kostet 2.000. Aua. Seid ihr stolz auf mich? Ja. 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 Äh, wo soll ich die scheiß Schrotze hinpacken? Ich will die nicht direkt hier so einen Platz dafür verschwenden. Siehst du, diese Hände, das sind verschwenden. Winsch, das war ne Frage. Äh, die Schotze. Ja. Ja. Ich hab die schon hingezeichnet, glaube ich. Was? Nein. Ich hab die dabei. Hä? Die Zeichnung. Gut. Oder du hast die schon hingezeichnet, keine Ahnung. Ich hab irgendwas hingezeichnet, so viel weiß ich. Okay. Äh, wir brauchen Alkohol. Leute, holt Alkohol. Moment, Prost. Hab's geholt. Okay. Ich will. Oh ne, warte, hab ich nicht. Warte, warte. Ich hab was falsch gesagt. Ach so. Weil ich will unbedingt ARN haben. ARN ist wichtig. Aber wenn ich selber trinke, Julius. Nein, nein, dann mach ich nicht. Wenn ich nicht selber trinke. Vor allem du holst ihn doch, hab ich jetzt gerade gedacht. Nein, ich hab, also ich wollte die Tür auf. Nee. Ja, aber ich will gleich erstmal in die Kiste. Und ich will gleich mal in die Kiste. Paham, Junge. In your face, my fucker. My fucker. Wieso, irgendjemand sollte das mal denen? Ich bin tot. Dieser Zombie, ich war so unvorsichtig. Und du bist ein Schwarzer. Jawoll. Lebensziel erreicht. Ich bin tot. Oh mein, wieso? Was? Nein. Nö. Nee, nein, das seh ich nicht ein. Das seh ich nicht ein. Du bist auch schon gestorben. Was war das? Welch ist? Warum? Paz. 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 Warum braucht der zwei Schuss? Sorry, Cringe, falls ich es nicht schaffen sollte. Doch, ich schaff es natürlich locker. Schnuckichen, du hast echt dicke Möpse. Ich weiß, aber ich kann eben auch schon drauf geachtet. Ja, krass. Alter, das kann er nicht. Das sollte wahr sein. Ist er da so schlecht. Ich weiß. Ich weiß, dass ich ein Zombie schlecht bin. Das müsst ihr mir nicht sagen. Hä? Alk kaufen? Ach, da liegt Alk. Perfekt. Put, put, put. Riese, Riese, Riese. Warte, man kann ihn messern, den Riesen, oder? Ja, ja, komm her. Äh. Äh. Gut, zielen. Ich bin nicht so schlecht, wie sie spielen. Tschüss. Wo ist denn die Kiste? Äh, die ist hinten. Äh. Blblbl. Halt da am Anfang, wo man hier in die Map reinkommt. Und ich kann es mit dem Riesen vielleicht Jagannock aufmachen. Das wäre vielleicht, äh, Max Amo. Könnt ihr nachladen, wenn ihr wollt. Äh. Hab ich. Ja. Ich hab jetzt die Kreide für die, für die, für die. Ich hab, äh, Kreide für die AN. Ich mach die, äh, die AN will ich bitte haben. Die AN mach ich vor's Gefängnis. Okay. Wo ist das Gefängnis? Äh, da wo wir am Anfang rausgekommen sind. Da, links. Achso. Ich li- aber das ist eigentlich, ich finde eigentlich die eine der Besten. Ja, ist es. Ist er ja auch. Da war jetzt immer schlimm mit der. Da war jetzt das Schlimmste Map. So, ähm. Bin ich mal mit, äh, 40 gekommen. So, äh. Egal. Ich muss mal Alkohol. Wir wollen Jugga. Jugga. So. Ab Alkohol. Riese, Riese, Riese. Ey, put, 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 zu mir. Put, 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 put. Alki. Alki, Alki. Äh. Geht das von hier hinten? Bestimmt. Wenn du treffst. Wenn ich treffe. Ja. Ich glaube, er trifft, er trifft eventuell. Ja, der trifft. Nein, also er trifft. Ich trifft der, hallo? Glaub an mich. Ich glaube ja an dich. Ach ja, wir müssen ja noch den Strom einschalten. Hm. Ich wollte mir gerade so einfach Jugga holen. Ach, verdammt. Wo macht man nochmal den Strom an? Ach so. Ah, hier ist ja die Küste. Äh, man macht auch hier irgendwo den Strom an, oder? Hier ist die Küste. Ach, echt. Ja, woher soll ich... Hallo? Wenn, dann wir sind da rausgekommen und die strahlt. Ja, ich hab da nicht drauf geachtet. Okay. Du strahlst auch für mich. So, da hast du. Danke. Ich kaufe mal die Treppe nach oben frei. Hier, das ist ja auch mal ein Ding. Ja, ja. So, Iselstritt oder so. Hoffentlich. Irgendeiner muss jetzt gleich mal den Strom anmachen, oder? Ey, ich hab die Map schon so lange nicht mehr gespielt. Ich hab keine Ahnung. Ja, dann mach ich das gleich. Aber die Zombies sind mir gerade zufrieden. Wo ist denn der Strom? Na, ich muss mich ein bisschen erinnern. Da, wo... Ähm, da, wo das Stromzeichen auf dem Haus ist. Also, egal, ich bin schon da. Ich mach ihn an. Süßigkeiten, Süßigkeiten. Wo gibt's die? Da ist ein Tid. Hallo? Keine Süßigkeiten. Hä? Da, doch da. Da, da. So, jetzt hol ich mir Jugger. Grünsch, weißt du, was man mit den Süßigkeiten mit dem Riesen machen kann? Ach so, dann baut ihr was an der Werkbank. Okay, danke, dass du's mir gesagt hast. Gerne. Das lernt ihr nur ohne Grünsch. Du tut gar nichts. Vielleicht hab ich sogar noch Geld auf der Bank. Das wär ja voll cool. Den letzten bei euch? Hä? Äh, ja, der läuft gerade zu dir, ja. Soll ich hier hinten nochmal die AK-74U? Irgendwann die Wand machen oder brauchen wir den nicht? Joa, doch, doch, kannst du machen. Weil hier oben ist ja noch so ein Feuerzeug. Ja, also ich würd da oben jetzt die PDW hinmachen, aber du kannst auch die AK-74U, dann mach ich die PDW woanders hin. Gott, ich mach jetzt mal hier oben die AK- Ja, ja, okay, mach das. Ich hasse das hier so sehr zu punchen, das ist so schlimm. So, ich hab auch jetzt schon die AK-74U. Ja, ich find das eigentlich voll okay hier zu punchen. Ich find nur das scheiße, dass man davor sein ganzes Geld verliert, genau. Ja, das ist so. Aber sonst ist es okay. Ja, rennen wir einfach dann zu dritt durch, okay? Warte. Ihr müsst mir nur sagen, wohin. Jaja, du kommst dann mit, aber ich brauchte jetzt erstmal Waffen, die ich... Keine Angst, Lennart, da kennst du dich gut aus durch den Irrgarten. Achso, natürlich. Das ist wie zu Hause. Aber erstmal will ich jetzt... Ach komm, ich geh. Lasst mal bitte einen Zombie gleich am Leben. Da ist eigentlich die betreffende Person noch vom Ding eingeschlafen. Vom Haus, im Garten. Das ist wichtig für den festen CX. Weiß welche. Was? Welche Person? Oh, ich hab Geld dabei. Hihi. Achso, der... Nein. Okay. Der hat sich weiter bewegt. Also er hat sich weiter bewegt. Irgendwann. Um was geht's? Um den Freund meiner Mutter. Lennart, soll ich mir was cooles zeigen? Oh Gott. Was dann? Komm mal. Warte. Äh, wo ist denn ne Werkbank, Leute? Müssen wir jetzt mit den Titten üben? Ha, wir sehen. Ja. Wo ist denn ne Werkbank? Da hat ne Möpse explodiert. Ist hier ne... Ja. Ist hier ne... Gar nicht. Ich brauch mal den Riesen. Riese. Komm mal her. Ich glaub ich hab den Riesen angeschossen. Ne, hab ich. Nein, du hast du nicht. Ich hab ihn grad eben schon angeschossen, mal. Ja, ist aber scheiße, weil der geht ja irgendwann zurück in seinen Knast. Dann müssen wir den Schlüssel wiederfinden, das ist extrem nervig. Ich hab den aus Versehen angeschossen, das war nicht geplant. Da lag ich grad tot rum. Oh, jetzt baut der uns irgendwas. Ich bin voll gespannt. Ich bin voll gespannt, was er uns baut. Der Zombie muss leben bleiben. Ich will die Runde noch erhalten. Wo sollen noch mal die ganzen Perks? Ich weiß das nicht mehr. Oh, er baut. Er baut. Er baut. Er hat das erste Teil. Was ist... Was wird denn das? Was ist das? Unterbodenresonator. Egal, einfach mal mitnehmen. So, dann hol ich mir... Ich hol mir Geld dann auch... Ich kann den jetzt mit eins ausrüsten. Ja, ich weiß halt nicht, was das macht. Also ich hol mir jetzt erst noch mal Geld. Soll ich mal eins drücken einfach? Ja, ja, mach. Es wird nichts Schlimmes passieren, aber... Toll, jetzt hab ich hier... Irgendwie... So ein Ding in den Fingern. Soll ich den mal absetzen? Oh Gott. Ja, mach das. Sie benötigen eine Energiequelle. Okay, der muss an eine Energiequelle gehängt werden. Und ja, cringe, ich hatte ein Ding in meinen Fingern. Schon sehr oft, ne? No, nee. Oh, ich... Das ist das, das ist das...